Jo Leute, willkommen zurück zu Vereria und dieses Mal werde ich eventuell nicht zu hören sein. Ich hoffe es trotzdem, dass ich zu hören sein werde. Ich werde jetzt das Mikrofon tauschen, weil ich eine Einstellungswache ändern wollte. Ich mache das jetzt nochmal mit dem alten Mikro. Es sind ein, zwei Klicks, die ich jetzt ändern muss. Und ich hatte ja bis jetzt immer das Problem, ich hoffe, ich habe es jetzt herausgefunden, woran es lag. Ja, wenn es interessiert, der kann mich nachher ruhig anschreiben. Ja, mal schauen. So, jetzt hört er mich noch über das alte und jetzt über das neue. So, okay, ähm, gut, Vereria, mal wieder. Ich habe mir überlegt, wir gehen mal hier weiter. Entweder Yuck Sparrow oder Feora. Nehmen wir nur EP, deswegen... Nehme ich mal Shara. Nehmen wir mal Shara. Und nehmen wir... Nehmen wir Croc Elu... Ne, komm, wir nehmen Red Control. Red Control ist eigentlich immer gut. Finde ich zumindest. Wird echt Zeit, dass ich da unten das Scheißding fertig kriege. So... Gar keine schlechte Starthand. Yuck Sparrow ist am Zug. Ja, äh... Ja, okay. Der Spruch ist gut. Es wird total geklaut, aber ist egal. Ein Langhorn-Yuck. Okay, jetzt bin ich gespannt, was er macht. Ja. Hier ist die Grenze zu uns beiden. Das wird dann schwierig zu schließen. Hier ist aber mehr Angriff und ich spiele einen Rot, der ganz ehrlich... Ich nehme den Blutsänger als erstes. Ich habe überlegt, ob ich den Räuber aus dem Untergrund als erstes spielen sollte. Aber wenn er jetzt irgendwas spielt und das dann opfert... Oder sie es kaputt kriegt... Ist das ein Sacrifice-Dick? Aha. Okay. Okay. Dann machen wir... Das. Äh... Dann machen wir das. Und ich beende meinen Zug. Wenn sie schlau ist, greift sie einfach darauf an. Jawoll. Oh, das ist gut. Ist halt schwieriger jetzt hier, aber... Das geht schon. Schwierig jetzt da... Die Kontrolle zu behalten. Aber das wird schon. Oh. Oh. Haben die das geändert? Also... Der war auf jeden Fall früher... Früher nicht mit... Ähm... Du musst auf jeden Fall... Drei farbige Linder haben. Ja. Uh. Uh. Oh. Das ist mal... Das ist mal... Echt interessant. Ähm... Den kaputt. Und wir schießen ihm den kaputt. Und dann, wenn er jetzt schlau ist, greift er erst mit dem an. Dann kann er da nämlich noch 6 Punkte Damage drücken. Ja. Er ist schlau. Okay. Okay. Wow. Okay. Perfekt nachgezogen, würde ich mal sagen. Okay. Ähm... Verereer. Äh... Wir nehmen... Das. Wir nehmen einmal... Zusätzlich. Und... Dann ist eigentlich schon scheißegal. Weil... Ich kann jetzt zwar hier hingehen, aber... Das war's schon. Also... Das ist gelaufen, das Ding. Er greift jetzt einmal an und dann war's das. Erledigt. Schön schnellen Rush gespielt. Ging doch gut. Was kriegen wir? Also, wir kriegen 150 Erfahrung, das ist schon klar. Und... Mal gucken. Also, das werden wir dann nächstes Mal machen. Schöne schnelle Runde. Leute, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen wir auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Verereer. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.